so über ein blitz so welche armee nehmen wir denn hier ja ich glaube wir sind bereit wir marschieren den Osten also wir marschieren nach Osten hier naja dann setzen wir so lange steuern raus da gibt es ja ja okay jetzt machen wir aber ein bisschen mehr Infanterie gegen irgendwas stehen dazu schicken wir mal verstärken auf 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 Oh genau, da sind einfach die hier schicken. Okay, ihr könnt wieder zurück. Hier, eine echte Schlacht natürlich. Ah ja, ich nehme jetzt wieder eine Stunde auf und dies, aber ihr werdet wohl schon bemerkt haben, dass ich keine Viertelstunden, keine Parts mache, die eine Viertelstunde dauern. Ah ja, ich habe vergessen, aber ich habe keine Lust, das so zusammenzuschneiden, dass die auf dieselbe Länge sind, wo die Aufnahmen immer zu beenden und so. Und außerdem, ein 12 Minuten oder ein 8 Minuten Parts sind an einem Tag gut hochzuladen, das macht mir auch nichts aus. Das ist aber ein, einen einzigen, also, also zwei 15 Minuten Parts hochzuladen, nee, das geht nicht. Ich hoffe nicht, warum die Versperrkungen schmecken. Ey, okay, stellen wir uns hier schön auf. Okay, stellen wir uns hier schön auf. Jetzt habe ich hier aber die Übermacht. Das ist gut. Das ist gut. Herr? 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 Hörte der Gruppe! Hörte der Gruppe! Lass uns die Hörte! Das war's für heute. Das ist schön. So lange bis sie uns angreifen. Wenn sie uns angreifen, machen wir Karies. So lange bis sie uns angreifen. 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 So lange bis sie uns angreifen wird. So lange bis sie uns angreifen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen! ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020